Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte Fall natürlich mal wieder und unser Esker Sturm hat sich zurückgemeldet in der österreichischen Bundesliga, nämlich mit Punktstelle 0 zu 0, immerhin in der Red Bull Arena auswärts bei den Salzburgern hat man geholt. Die wenigsten hätten da wirklich erwartet, dass wir überhaupt was mitnehmen aus der Mozartstadt, aber so ist es gekommen und dank einer insgesamt sehr, sehr kompakten Defensivleistung vor allem, haben die Blackies, denke ich, nicht ganz unverdient den Einzähler gegen, man muss auch zugeben, schwache Salzburger mitgenommen. Gehen wir das Spiel von Anfang an durch, unsere Blackies fand ich gerade die ersten paar Minuten relativ giftig, also man ist schon auch die Salzburger angegangen, Husbeck ist auch, der etwas überraschend für mich in der Startelf gestanden war, zur ersten Halbschance gekommen, wo Walci von den Salzburgern gerade noch blocken konnte, sowieso sturmt gerade in der Anfangsphase eigentlich ganz gut dabei, also man hat den Salzburgern wenig Raum gelassen, hat sie nicht wirklich ins Spiel kommen lassen, erst so nach 10 Minuten, einer Viertelstunde konnten die Salzburger dann das Heft langsam in die Hand nehmen, trotzdem muss man sagen, war es jetzt keine extrem aufregende erste Hälfte. Die erste gute Möglichkeit, die erste richtig gute Möglichkeit des Spiels, die hatten schon die Salzburger, ich glaube nach einer knappen Viertelstunde herum, war es Minamino, der schön den Ball in den Lauf gespielt bekommt, dann komplett allein eigentlich ist, aber Gott sei Dank ja den Abschluss da nicht platziert genug machen kann, sowieso viele Aktionen, wo bei unserem Blackies in letzter Minute, speziell Fabian Koch ist mir da extrem aufgefallen, wo immer wieder ein Spieler dazwischen grätscht und den Ball im letzten Moment nochmal abblockt, also da muss ich sagen, Defensivarbeit bis auf wenige Ausnahmen schon eine Eins an der Stelle. Danach merkt man schon, Sturm hat ansatzweise gefährliche Situationen, aber die Abschlüsse, die funktionieren nicht richtig, also bei einer Möglichkeit hatte Kitajsvili leider eben nicht wirklich genug Druck hinter den Ball gebracht, den konnte eben Walke oder Stankovic, Stankovic spürt sie in dem Salzburger Kasten, relativ locker parieren, dann auch gegen Ende schon eher der ersten Halbzeit wieder eine Möglichkeit für Sturm, wo allerdings Essay, den Ball aus sehr aussichtsreicher Position, wo er sich selber erst ein bisschen durchtribbelt, dann leider relativ klar übers Tor drüber zieht, die dicken Chancen, die hatten allerdings die Bohlen und eigentlich immer wieder Minamino natürlich, also der Herr Palmer, der ist zwei, dreimal schon wirklich gefährlich vor das Tor unserer Blackies gekommen, allerdings hat er den Ball dann meistens doch verzogen, die gefährlichste Chance für mich die dritte, wo er das Außennetz nur trifft, aber mit dem 0-0 geht es auf jeden Fall in die Kabine, im zweiten Durchgang hat man dann schon das gleiche Bild gesehen, also die Salzburger wollten sich insgeheim, glaube ich, auf jeden Fall schonen. Es würde keiner zugeben, aber man hat schon gemerkt, Neapel ist nicht nur im Hinterkopf, sondern schon relativ präsent, also das ganz große Offensivpressing, das man von den Bullen gewöhnt war, das war es ohnehin nicht, abgesehen davon, dass sowieso auch rotiert worden ist, beispielsweise Munas Dabur, der wurde erst später eingewechselt, zu dem kommen wir aber noch, auf jeden Fall gab es eigentlich lange Zeit nichts Sehenswertes im zweiten Durchgang, dann mal wieder eine Sturmchance, Minute 66, über halbrechts kommt die Hereingabe auf den Fuß von Kitaisvili, wo zunächst ein Salzburger die Hereingabe eigentlich verhindern könnte, aber den Ball durch die Beine durchbekommt, auf jeden Fall kommt Kitaisvili aus der Drehung zum Schuss, verzieht aber trotzdem relativ deutlich, das eigentlich so die einzige, so richtig gefährliche Chance für die Blackies im zweiten Durchgang aus meiner Sicht. Wenig später gab es dann Elfmeter, ein bisschen so aus dem Nichts für die Dosen und ja auch unglücklich, aber für mich klar zu geben, also Handspiel von Stefan Hierländer, der ansonsten eine sehr gute Partie gemacht hatte, auch genau er hat die Hereingabe auf Kitalyspiel gebracht, auf jeden Fall, ja versucht ein Salzburger zu flanken, Hierländer hat die Hände so ein bisschen vom Gesicht, ich würde sagen mal typisch Schutzhand, das gibt es aber im Fußball ja eigentlich nicht so wirklich und ja aus zwar kurzer Distanz, aber trotzdem für mich vertretbar, deswegen einfach Pech gehabt und auch ein bisschen Unvermögen, es gibt den Elfmeter für Salzburg und Munastapur beim Stand von 0 zu 0, macht nach knapp 70 Minuten einen auf Panik, also der hebt den Ball über das Tor, ganz ganz lässig, aber eben ja über das Tor, also Siebenhagel muss nicht eingreifen und der Elfer der Dosen verschossen, das war natürlich schon so ein bisschen das Statement vom Fußballgott an der Stelle, danach ist eigentlich nicht wahnsinnig viel mehr passiert, also die Dosen haben schon eher in der Schlussphase mehr versucht aufs Tor zu gehen und unsere Blackies haben konzentriert, verteidigt und haben es am Ende auch so geschafft das Ganze über die Zeit zu bringen. Ich würde unterm Strich behaupten, eben mit den Ergebnissen der Konkurrenz, wer es nicht mitbekommen hat, Austria 1 zu 3 zu Hause gegen Alltag verloren und Rapid ein 1 zu 2 in Matersburg, ganz speziell, also da auch die St. Pöltenheim 2 zu 3 in der Südstadt bei der Admira das Niederösterreich-Derby verloren haben, sieht jetzt wieder ganz gut aus für unsere Blackies, also man ist immer noch in den Meisterschafts-Playoff-Plätzen dabei und kann das Ganze jetzt nächste Woche gegen die Austria zu Hause klar machen. Mit einem Sieg sind wir durch. Mein Resümee deswegen zum Spiel, ich hätte mir sowieso keine Meisterleistung erwartet, mit dem 0-0 kann man, glaube ich, in der Situation gut leben, ein bisschen Glück war dabei, da auch die Konkurrenz gepatzt hat und jetzt hat man es wieder in der eigenen Hand. Was besser werden muss, ganz klar, ist der Abschluss. In Salzburg habe ich mir da von Haus aus nicht sehr viel erwartet, aber klar, gegen die Austria braucht es Tore, denn ohne Tore kann man ja bekanntlich kein Fußballspiel gewinnen. Von dem her, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Partie sagt und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, hier bei TheLensTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Bravburschen und bis dann. Ciao, ciao.